Dynamo Dresden spielt sehr, sehr mutig mit einem sehr, sehr spielstarkem Torwart, Schwebe, gestalte ganz viel Spielaufbauvariante, mache das Feld groß, rogiere ganz viele Mittelfeldspieler Stürmer. Es ist ein ganz, ganz anderes Spiel als gegen Berlin, also vielleicht nicht das Gegenteil, aber es geht extrem in die andere Richtung, von der Art und Weise wie sie spielen und versuchen ganz viel spielerisch zu lösen und neben dem Torwart spielt ein wesentlicher Faktor bei ihnen im Spielaufbau. Sieht man so extrem, eigentlich ganz selten, wie es jetzt bei Dresden ist. Das ist noch viel mehr als bei Manuel Neuer war, beim Pep und Dresden hat ja wirklich gute Spieler, aber da ist ja dann immer was anderes, wenn Bayern das macht, aber sehr mutig und klar, Uwe Neuer hat immer Erfolg gehabt, wo er auf der Strecke war und macht es gut und die Mannschaft ist selbstbewusst und jetzt auch ein, zwei Verletzungen natürlich, aber man weiß genau, wie das gespielt wird und warum das gespielt wird. Es ist sehr interessant für die Zuschauer, dieses Spiel zu sehen, weil sie sehen nicht so oft Mannschaften, die momentan so spielen wie Dresden. Untertitelung des Zufalks